Oh, der hat endlich das Herz kaputt. Er hat doch nichts mehr. Es ist Zahltag. Komm schon. Komm, der hat nichts mehr. Ihr habt einen gegnerischen Keeper besiegt. Sehr schön. Die Stahltür, die stärkste aller Sperren, hält Gegner lange genug auf, dass ihr eure Verteidigung organisieren könnt. Aber sie ist so teuer, dass ihr euch gut überlegen müsst, wo ihr sie einsetzt. Ein Geschöpf verhungert in eurem Kerker. Euer nächtliches Durchhaltevermögen hat euch einen geheimen Spieltipp eingebracht. Geht schlafen. Das ist jetzt nicht so gut schön. Ihr habt einen gegnerischen Raum erobert. Man ist in euren Dungeon eingedrungen. Dessen bin ich mir bewusst. Ihr erbeutet eine Hühnerfang. Das Herz eures Dungeons wird angegriffen. Was? Wo kommen die denn näher? Ok, Moment, Leute zurück. Ihr erbeutet einen Schlafsaal. Was haben wir hier unter Kontrolle? Die Schatzkammer ist mir ziemlich egal. Ich könnte es ehrlich sagen. Ich bin nicht alleine. Ach, warum? Ich bin nicht gemein. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht mehr einst. Aber es ist nicht gut. Ich bin nicht sicher. Oh! Was ist das? Ich bin nicht sicher. Oh! Mach ich, was? Ja. Ach du Scheiße, wieviel kommen denn schon wieder da? Verdammt viele! Soll ich mir das jetzt nicht gedacht. Was ist das denn für ne riesen Armee? Was ist das denn da? Eine neue Spezies ist in eurem Dungeon gekommen. Soll ich dich umkümmern? Das Herz eures Dungeons wird angegriffen. Schon wieder? Ja, ich will fliegen. Fliegen sind mir egal. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Alles gut. Ein paar Skelettere sind auch nicht verkehrt. Wir haben noch Gold. Jetzt mal alle auf. Witzig. Dresche. Sonst wieder mal im Herzen. Es sind immer noch ein, zwei, immer noch vier Keeper. Zwei sind kaputt. Echt so viele? Zwei sind kaputt. Jetzt ist wahrscheinlich nur die Portale. Wahrscheinlich hätte der eine einfach so viele Portale. Das würde schon nicht so schlimm sein. Das wäre ernsthaft, oder? Das würde schon schlimm sein. Man hat jetzt schon relativ viel Schaden bekommen. Wo ist denn hier der ganze Krieg? Nicht sehr sinnvoll, was du da tust. Ihr habt eine gegnerische Brücke erhoben. Ihr habt erfolgreich ein gegnerisches Geschöpfen. Ihr habt in eurer Folterkammer bekehrt. Ihr habt erfolgreich ein gegnerisches Geschöpfen in eurer Folterkammer verhört. Das Opfer in eurer Folterkammer hat Informationen über die Umgebung ausgespuckt. Euer Kerker ist zu klein. Ja. Ja. Da pupst du, wa? Ihr habt erfolgreich ein gegnerisches Geschöpfen. In eurer Folterkammer abgegeben. Ich hab einen Schlag. Hallo, Herr Zauberer. Hallo. Hallo. Tschüsschen. Das war jetzt mit sicherern nicht verkehrt. Das Opfer in eurer Folterkammer hat Informationen über rivalisierende Keeper ausgespuckt. Das Opfer in eurer Folterkammer hat Informationen über die Umgebung ausgespuckt. Ihr habt einen gegnerischen Keeper besiegt. Ihr erbeutet eine Brücke. Ihr erbeutet eine Hühnerfahre. Sehr gut. Von den Teufel können wir noch K.O. Ich hoffe, ich habe einen Schaden. Dann lassen wir es besser machen. Sehr schön. Sehr schön. Ich meine, es wäre ja auch sehr unklug, nicht zu meiner Seite zu kommen. Ihr habt einen gegnerischen Raum erobert. Oh, ein Graveyard. Den würde ich ja sogar nehmen, ne? Hätte ich gesagt. Da hätte ich nichts gegen. Oh. Es ist Salta. Ihr erbeutet ein Portal. Ach, machen wir das gar nicht. Also gar, macht es trotzdem. Ihr erbeutet eine Brücke. Hier gleich eine kleine Bücherei. Ein Teufel wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Was ist das denn? Ihr habt einen gegnerischen Raum erobert. Ihr habt erfolgreich ein gegnerisches Geschöpf in eurer Folterkammer verhört. Das Opfer in eurer Folterkammer hat Informationen über die Umgebung ausgespuckt. Was? Ihr erbeutet eine Bibliothek. Was? Ihr erbeutet einen Schlafsaal. Ihr habt erfolgreich ein gegnerisches Geschöpf in eurer Folterkammer bekehrt. Sehr schön. Eure Portale haben so viele Geschöpfe angelockt, wie sie können. Ihr erbeutet eine Folterkammer. Eure Brücke wird angegriffen. Ich kann mal jetzt gut Slash. Ich kann mal jetzt gut Slash. Ich kann mich... Da haben wir genug, Männer. Ihr erbeutet eine Brücke. Dann werde ich demnächst mal Honi beschwören. Ihr erbeutet ein Portale. Nein, der ist im Gefängnis, ne? Ist gar kein Kerker, genau. Ich hatte das für ein Graveyard. Ich weiß nicht, wie ich da jetzt draufkomme. Ihr habt eine gegnerische Hühnerfarm erobert. Ist denn noch ein Keeper? Ich glaube schon, oder? Ich weiß gar nicht, wo der genau ist. Man konnte auch nur hier rechts drauf machen. Auf Kerker, dann sehe ich, wo ich er ist. Ihr erbeutet eine Brücke. Ihr habt eine gegnerische Bibliothek erobert. Ihr erbeutet eine Schatzkammer. Ihr habt eine gegnerische Werkstatt erobert. Euer Kerker wird angegriffen. Aber nicht mehr langer. Ja. Nicht mehr langer drüben. Er würde den hier aber befreien, wenn ihr... ...neuer Kerker angegriffen. Eure Hühnerfarm wird angegriffen. Ich bin doch mal ordentlich auf die Fresse hier. Das ist nicht verkehrt. Ein Geschöpf verhungert in eurem Kerker. Euer Kerker wird angegriffen. Die lernt es aber auch nicht. Eure Bibliothek wird angegriffen. Ihr habt eine gegnerische Brücke erobert. Na komm schon. Ich will dich mitnehmen. Hm. Egal. Oh ich hab gar nicht so viel Gold. Egal. Das kann ich mir nur leisten. Euer Kerker wird angegriffen. Ich hab mein eigenes Typ noch lieber. Ne. Ich dachte schon. Ist irgendwie ein Lecker oder was. Der Gegner erobert eure Bibliothek. Ihr habt eine gegnerische Brücke erobert. Eure Brücke wird angegriffen. Eure Brücke wird angegriffen. Der Gegner erobert eure Brücke. Von hier links kommt jede Menge Gegner. Ihr habt erfolgreich ein gegnerisches Geschäft in eurer Folterkammer bekehrt. Eure Folterkammer wird angegriffen. Ihr habt eine gegnerische Brücke erobert. Jut, das passt alles hin. Ich muss mir die Portale einnehmen. Jeden Endes Herz kann ich mir immer später raushauen. Erstmal die ganzen Portale. Dass die alle mir gehören. Das gibt mir ja auch schon alles, was passt. Ihr habt erfolgreich ein gegnerisches Geschöpf in eurer Folterkammer bekehrt. Ihr habt eine gegnerische Brücke erobert. Ein Teufler wurde unglücklich, weil er kein Geld bekommen hat. Ich hoffe aber Geld genug. Das darf man selbst nicht scheitern. Ihr habt eine gegnerische Bibliothek erobert. Einer eurer Imps kann euch sehr gut nachmachen. Sogar die Sache mit den Ohren kriegt er hin. Eure Bibliothek wird angegriffen. Jetzt gibt's auch ein Nuss. Wie will ich denn immer nehmen mich denn immer? Wie will ich denn immer nehmen? Wo fährt mir denn immer Lust? Wir sind nicht in Level 2, ne? Wir haben energieklarische Brücke erobert. Wir haben energieklarische Brücke erobert. Egal. Ist gar kein Gegner. Sind die ganzen Gegner. Hallo. Gar nix da. Kommt euch mal drum. Eure Brücke wird angegriffen. Der Gegner erobert eure Brücke. Echt, Jungs? Da ist ein kleiner Gegner, ja. Nix atemberaubendes. Da sind die Primärer. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Nee. Ihr habt eine gegnerische Brücke erobert. Level 7. So was wollte ich nicht. Euer Zauberspruch Imp erschaffen wurde verbessert. Hier hinten habe ich ja eben mehrere Leute gesehen. Sind die jetzt wieder hin? Da sind die Zauberer. Mit der Karte sehe ich auch nix. Da ist er! Ihr habt einen gegnerischen Trainingsraum erobert. Das coole ist, mit dem Salamanta kann ich ja sogar über... Eure Brücke wird angegriffen. So über Feuer laufen. Der Gegner erobert eure Brücke. Du musst das andere Keeper jetzt auch immer die Leute aufheben können. So wie ich. Mal gucken auf der Karte. Sehe ich irgendwas? Gucken wo hier hinten wären. Feindlichen Gefühle. Eure Portale haben so viele Geschöpfe angelockt wie sie können. Das ist immer euer Kerker. Das ist angekommen. Ihr habt eine gegnerische Hühnerfarm erobert. Na. War schon wieder geklaut. Denken wir mal nicht mehr viel. Hallo. Treib ich ihn? Ne. Schade. Aber ihm treib ich. Schickt ja hier ein riesen Nachschub. Eure Kerker wird angegriffen. Er hat keine Chance. Hat er irgendwie so eine Flagge gestellt oder wieso rennen die alle durch? Ihr habt eine gegnerische Bibliothek erobert Stomsky, ich weiß nicht, dass er Stomsky immer sagen würde Ich bin nur mit 7, was soll ich denn machen? Was, ernsthaft? Er hat sich jetzt in den Back gebrochen Na egal Ich muss nicht mal meine Armee holen, das geht ja so nicht weiter Armee, oder? Ist ja schon wieder alles eingenommen Ernsthaft? Naja Hier muss ich gleich hin Hat sich sogar ein bisschen geräumt Dann machen wir jetzt hier schon Das Portal muss endlich mal weg Ich glaube, das nervt noch am meisten momentan Und dazu wollte ich mir einfach hier Das sind schon die richtigen Ihr habt eine gegnerische Brücke erobert Hallo, renten jeden Eure Brücke wird angegriffen Der Gegner erobert eure Brücke Ernsthaft? Ernsthaft? Wisst ihr was? Geht da mal schön Eure Schatzkammer ist zu klein Geht da mal schön Egal ob die jetzt den Kerl angreifen Ihr habt ein gegnerisches Portal erobert Euer Portal wird angegriffen Sollen sie machen? Egal Eure Geschöpfe kommen nicht zum Kerker Sonst wollen wir hinten rumkommen Euer Kerker wird angegriffen Ich kann reden, ich spiele Der Gegner erobert euer Portal Kann ich ihn übernehmen? Nein Oh yeah Wenden denn Ich meine den Magier oder so übernehmen Kann ich mir Honi von Ne, ja Hallo Honi Und was haben wir? Ich lasse mal kurz Ich lasse mal kurz So viel Mana kostet jetzt mal fast gar nix Ihr habt ja den gegnerischen Keeper besiegt Oder ihr seid grad gar nichts gekostet Ihr habt über jeden Einzelnen triumphiert Und nun herrscht ihr allein Verholt euch und feiert schön Wir haben hier vier Keeper plattgemacht Ich würd denen den Rest immer Urlaub geben Aber ich kann die Flage leider nicht mehr entfernen Okay Leute Vielen Dank fürs Zuschauen Und wir hören uns beim nächsten Mal Auf Wiedersehen Ein gut bestückter Friedhof kann Untote anlocken Mächtige starke Keeper vernichtet in einer einzigen Schlacht Die Nachricht von dieser vernichtenden Niederlage Hat Schockwellen der Panik durch die gesamte Unterwelt geschickt Euer schrecklicher Ruf füllt selbst die tapfersten Seelen mit unkontrollierbarem Terror Dauw Jäger